Herzlich Willkommen zu den besten Druckern unter 100 Euro. In diesem Video stelle ich dir meine Top 5 Modelle vor und ich bin mir sicher, dass einer davon optimal zu dir passt. Alle Drucker findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Fangen wir an mit dem HP All-in-One Drucker. Hier hast du Drucker, Scanner und Kopierer in einem, ob mit Farbe oder ohne. Dieser Thermodrucker kann Fotos in Laborqualität drucken, auch ganz einfach mobil vom Handy aus. Automatisches beidseitiges Bedrucken ist auch möglich. Die Druckgeschwindigkeit liegt bei bis zu 10 Seiten pro Minute und er bietet Platz für bis zu 100 Blätter. Der HP All-in-One Drucker kostet 84 Euro. Dann haben wir den Canon PIXMA Drucker. Hier kannst du per Tintenstrahl drucken, scannen und kopieren, in Farbe oder ohne. Die Druckgeschwindigkeit liegt bei 7,7 Seiten pro Minute und er bietet Platz für bis zu 60 Blätter. Der Canon PIXMA Drucker kostet 75 Euro. Kommen wir nun zum Laserdrucker von HP. Dieser druckt in schwarz-weiß, aber dafür umso schneller. Die Druckgeschwindigkeit liegt bei 20 Seiten pro Minute. Und hier ist Platz für bis zu 150 Blätter. Der Laserdrucker von HP kostet genau 100 Euro. Als vorletztes haben wir den Canon Farbtintenstrahldrucker. Mit diesem Multifunktionsdrucker kannst du drucken, scannen und kopieren und das auch in Farbe. Die Druckgeschwindigkeit liegt bei 7,7 Seiten pro Minute. Und du kannst hier auch einfach kabellos vom Smartphone oder Tablet ausdrucken. Und hier ist Platz für bis zu 60 Blätter. Der Canon Farbtintenstrahldrucker kostet 75 Euro. Kommen wir nun zum letzten Drucker dieses Videos, dem HP Deskjet Multifunktionsdrucker. Hier lässt sich drucken, kopieren und scannen, in Farbe oder schwarz-weiß und das auch ganz einfach per WLAN. Die Druckgeschwindigkeit liegt hier bei 8 Seiten pro Minute. Und hier ist Platz für 60 Blätter. Der HP Deskjet Multifunktionsdrucker kostet 72 Euro und 90 Cent. Das waren meine besten Drucker unter 100 Euro. Ich hoffe, da war das perfekte Modell für dich dabei. Alle Drucker findest du in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn du allgemein Technikprodukte feierst, abonnier den Tecmas Channel. Hier stelle ich dir regelmäßig die besten Produkte vor. Dann bis zum nächsten Video. Ciao.